Ja, es ist eine sehr schwere Entscheidung. Also ich habe viel überlegt, also mit meiner Familie und mit meinen Ängsten. Wir haben viel überlegt. Ja, ich habe mich entschieden, also diese nächsten Schritte zu machen nach fünf, sehr schönen Jahren hier. Und ja, ich bin dankbar für alles, was Gladdenheim hat mir gegeben. Und ja, ich bin stolz, ein Part von dieser Mannschaft zu sein. Ich bin stolz, ein Part von dieser Mannschaft zu sein. Ich bin stolz, ein Part von dieser Mannschaft zu sein.